Bist du bereit für unser Rhön-Rad? Ja, keine Ahnung, was passiert, aber ich freue mich. Für so Sachen will ich jemanden haben. Genau das wird nämlich auch passieren, dass man nicht weiß, was passiert. Wir drehen dich jetzt einmal auf den Kopf. Okay. Und dann stellen wir dir Fragen. Perfekt. Von unten? Hast du irgendwelche Tipps? Gibt es da von unten? Hier gibt es keine Tipps. Auf geht's! Okay, warte. Und pro richtige Antwort gibt es von unseren beiden Partnern, Schmarze Puffer und Tissi, 100 Euro. Oh. Ist das nicht ein Ding? Das ist super. Ich gebe alles. Und? Das machen wir. Ab geht's. Ich bin gespannt. Oh, sehr gut. Also. Ja. Wir fangen an. Als was verkleidete sich Heidi Klum auf ihrer letzten Halloween-Party? Oh, warte mal. Das habe ich auf Instagram gesehen. Sie waren Wurm oder sowas? Sie waren Wurm, ganz genau. Was war das Jugendwort des Jahres 2022? Oh, 2022? Also jetzt, das aktuelle. Ah, so... Ah, kann, 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 kann. Erste Buchstabe? S. Smash. Ja, da, da, da. Smash? Smash, genau. Oh, geil. Nenne drei Bewohner aus Entenhausen. Aus Entenhausen? Also da, wo die Ducktales herkommen, ja? Ja, wo die ganzen Enten herkommen. Donald Duck, Dagobert Duck. Zwei? Und noch einen? Noch eine? Zählen die Panzerknacker? Du hättest eigentlich die Panzerknacker direkt sagen können, das wären mehr als reingesend. Es reicht, es reicht, es reicht, es reicht. Was ist 9 mal 9 minus 11? Ah, warte, 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 warte. 9 mal 9 minus 11? Das ist der Erste, der das macht. 9 mal 9 minus... Hast du gerade losgelassen? Nee. 81 minus 11, äh, 70. 70, genau. Welche Modesendung moderiert Guido Maria Kretschmer bei Vox? Ach, so. Jetzt. Thomas Rath hat hier Beauty and the Nerd. Das ist was anderes. Nächster. Hast du einen Führerschein? Ja, noch. Wie sieht das Verkehrszeichen für, du hast Vorfahrt aus? Du hast Vorfahrt? Ja. Also Hauptstraße-Dings. Ja, aber wie sieht's aus? Das ist doch der weiße, mit weißem Viereck, Kant nach oben, mit gelbem Dings da in der Mitte. Genau, letzte Frage. In welcher Stadt fanden die MTV IMAs 2022 statt? Zwickau. Ja, ist genauso hässlich, das ist der Dorf. Okay, wir drehen dich zurück. Auf geht's. Hat der gerade los, hast du gerade losgelassen? Ja, das ist einfacher. Also das haben wir hier nicht erlaubt. Habt ihr das freigegeben? Ja, das ist einfach losgelassen. Vielen Dank. Du hast dich großartig geschlagen. Hammer. Wie viel haben wir zusammen gesagt? Ich rechne gleich nochmal nach, aber es waren ein paar hundert Euro auf jeden Fall. Hammer. Guter Job. Danke. Danke. Danke.